Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel vom Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von KillerDoc795 an. Dieser hat über B.Win geschrieben welches er mit 4,2 Sterne bewettet hat und wie seine Meinung im Detail ausschaut erfährst du jetzt. B.Win Erfahrungen und Test. B.Win Sportbetten. B.Win Casino. Jeder der schon mal etwas mit Betten zu tun hatte wird den Namen kennen. B.Win. Bist du an Sportwetten, Livewetten, Casino und Livecasinos interessiert? Dann lies aufmerksam mit, denn ich habe zwei Wochen lang den B.Win Test gemacht, habe Wetten platziert und ausgiebig im Casino gespielt. Wie meine B.Win Erfahrungen aussehen möchte ich heute genau schildern. Wie immer gibt es dafür reichliche Informationen zum Angebot, zu dem Unternehmen und allem was sonst noch dazu gehört. Über B.Win. Das B.Win Angebot ist rekordverdächtig. Täglich bis zu 30.000 Wetten in über 90 Sportarten. Das macht sie zu der führenden Sportwettemarke der GVC Holdings PLC. GVC konzentriert sich auf die vier Bereiche Sport, Casino, Poker und Bingo. Zu ihnen gehören die Sportmarken B.Win, Sportingbet und Gamebrokers, sowie die Spielemarken Partypoker, Partycasino und andere diverse Studios und Nebengeschäftsfelder. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz auf der Isol of Men hat alle rechtlichen Lizenzen für Österreich, Bulgarien, Dänemark, Irland, Frankreich, Deutschland, Italien, Griechenland, Rumänien, Großbritannien, Belgien, Südafrika und für die USA. Mehr als 100 Mitarbeiter kümmern sich um die Anliegen der Kunden und um die Buchmachergeschäfte. Responsible Gaming, also verantwortungsvolles Spielen, wird bei B.Win groß geschrieben. Das B.Win Angebot. Schauen wir uns mal, was B.Win so genau anbietet. Sportwetten. Mehr als 90 Sportarten sind aufgeführt, bei denen man bequem online eine Wette abgeben kann. Allein Fußball teilt sich dort auf in die Ligen mehrerer Länder auf. So findet man dort die 1. und 2. Bundesliga, internationale Spiele wie Champions League und Europa League, aber auch englische, spanische, italienische, französische, holländische oder portugiesische Ligen. Weitere wettbare Sportarten sind unter anderem Tennis, Basketball, Eishockey, Handball, Formel 1, Motorrad, American Football, Darts, Ski Alpine oder Biathlon. Viele Sportarten teilen sich auch hier wieder in unterschiedliche Cups bzw. Ligen oder Events auf. Bei Fußballwetten kann man sich vor dem Tipp umfangreiche Statistiken ansehen, die die Einschätzung beeinflussen könnten. So kann man z.B. die letzten Duelle der Kontrahenten sehen und wie sie ausgegangen sind und allgemeine Statistiken über gewonnene, verlorene, unentschiedene Spiele, über Tore, Schüsse und Treffsicherheit. Livewetten. In diesem Bereich kann man Wetten abschließen über Ereignisse, die gerade im Moment, also live, stattfinden. Auch bei diesen Wetten handelt es sich meistens um Sportwetten. Daher sind auch hier die großen Sportarten wie Fußball, Tennis, Basketball, Eishockey, Handball und andere vertreten. Abhängig von aktuellen Turnieren können hier auch andere Sportarten aufgeführt sein, als gerade genannt. Mögliche Fragen, die man mittels einer Wette beantworten kann, lauten hier unter anderem. Welches Team erzielt das zweite Tor? Wie viele werden zwischen Minute X und dem Ende geschossen? Oder man kann auch ein genaues Ergebnis vorhersagen. Casino. Das Bibeln-Casino teilt sich auf in Tischspiele, Slots und Jackpots. Zu den Tischspielen zählen zum Beispiel sämtliche Varianten des Roulettes, Blackjack, Poker, Casino, Hold'em oder Baccarat. Unter Slots versteht man die typischen Automatenspiele, die zu 100% auf Glück basieren. Hier legt man den Hebel um und lässt das Spiel entscheiden über Gewinn oder Verlust. Man hat keinen Einfluss. Einige Titel hier lauten zum Beispiel Big Blocks, Aztec Gold, Starbust, Medusa, Gold of Persia und so weiter. Jackpots sind einfach Spiele, bei denen sich über die Zeit eine höhere Gewinnsumme gesammelt. Ein Jackpot eben. Dazu gehören Atlantis, Going Nuts, Man with Madness, Loot in Kamun und auch weitere. Live Casino. Im Live Casino spielt man Tischspiele mit einem Dealer aus Fleisch und Blut. Per Live Übertragung kann man verfolgen, wie er die Karte mischt und gibt und über eine Chatfunktion kann man auch interagieren. Angeboten wird dort B-Win-Roulette, Blackjack, Autoroulette, Freecut Poker, Casino Hold'em, Ultimate Texas Hold'em, Caribbean Steward, Immersive Roulette, Baccarat, Blackjackpart, Doubleball Roulette und noch weitere Baccarat Varianten. Wer das Pokern liebt, der hat hier nochmal einen extra Bereich, bei dem es sich nur um das Pokern dreht. Man kann B-Win direkt im Browser spielen, sich einen Client herunterladen und es vom PC aus starten oder man spielt die mobile Version auf dem Smartphone. Sie bieten eine Pokerschule, wo man sich verbessern kann, zeigen verschiedene Strategien und all dies kann man dann beweisen in unterschiedlichen Turnieren. Turniere werden in diesen Typen angeboten. Sit & Go, Meertisch-Turniere, Shootouts, Head-Ups, Shootout-Satellite-Turniere und Bounty-Turniere. Die genauen Erklärungen zu den einzelnen Spielprinzipien sind auf der Homepage nachzulesen. B-Win Review und Erfahrungsbericht. Seit gut zwei Wochen bin ich von meiner Stammplattform gewechselt, um B-Win zu testen. Der Wechsel hat sich gelohnt, denn es gab eine Joker-Wette-Bonus-Aktion, bei der man eine Geld-Zurück-Garantie bekommen hat. Diese sah so aus. Verliert man die erste Wette bei einem Einsatz zwischen mindestens 5 und maximal 100 Euro, so bekommt man den Einsatz als Freebet zurück. Das heißt, man kann sich das Geld zwar nicht mehr auszahlen lassen, aber man kann ein zweites Mal eine Wette platzieren. Das lohnt sich auf jeden Fall. Leider habe ich meine erste Wette direkt gewonnen und somit kann ich nicht sagen, ob es funktioniert oder nicht. Vorher musste ich natürlich mein Konto aufladen. Die B-Win-Zahlungsanbieter sind Kalixapay, Skrill, Mastercard, Visa, Paysafecard, Sofortüberweisung, Paypal, Neteller, UK Cash, Banküberweisung, Maestro und EPS. Ich persönlich habe meine Visa-Kreditkarte verwendet und der angegebene Betrag war binnen weniger Minuten auf meinem Konto erschienen. Eine Auszahlung habe ich schon beantragt und auch bekommen. Da hat es etwas länger gedauert, aber am nächsten oder spätestens übernächsten Tag hatte ich es auf meiner Kreditkarte. Die Wettscheine sind schnell ausgefüllt. Sobald die offiziellen Ergebnisse bekannt sind, wird Gewinn oder Verlust verbucht. Auch hier kam es bei mir noch nie zu Verzögerungen. Im Casino-Bereich haben es mir insbesondere die Tischspiele angetan. Im Live-Casino habe ich es auch versucht, aber ich glaube dafür ist meine Internetverbindung zu schwach, da es manchmal einfach verzögert. Das hat zwar keinen weiteren Effekt auf das Spiel, aber es nervt mich. Das liegt aber ganz klar an meiner schlechten Verbindung hier. Die normalen Spiele laufen bei mir ansonsten ruckelfrei und die Qualität gefällt mir sehr. Wenn du noch die Joker-Wette in Anspruch nehmen möchtest, dann empfehle ich dir jetzt einzusteigen. Von meiner Seite aus ist Bewin seriös und ein top Wettbüro und Online-Casino. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo Video von Produkt-Kenner.de